Ha, 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 ha. Mh. Nein. Furchtbar. Furchtbar. Also ich kann euch jetzt schon sagen, die werden mich nicht durchlassen. Ich war schon öfter auf dem Server, halt auch mit anderen Accounts. Und wirklich jedes Mal, die hassen mich. Die hassen mich. Die hassen mich einfach. Ich kann mein... Guck mal, was ist das für ein Charakter? Ich kann nicht mal irgendwas drücken. Ich drück grad die Numpad-Tasten, um meinen Charakter zu drehen. Ich seh nix. Es geht nicht. Das ist einfach broken. Das ist... Das ist grauenhaft. Wer spielt denn freiwillig auf so einem Server? Jetzt legit. Wer macht sich hier so einen Account für? Sieht schon fast so aus wie ich. Nur irgendwie hat er eine Halbglatze. Keine Ahnung. Der Server wird in 5 Minuten neu gestartet. Willst du mich eigentlich umbringen? Ich bin grad erst connected. Ich hab das Gefühl, hier ist keiner, der mich einreizen lassen würde. Entschuldigung, ich hab hier grad einen Kiddy gehört. Ich wollte mal vorbeigucken kommen. Einmal bitte rausgehen. Äh, darfst du die beiden Nier-Bad reinkommen? Nee, eigentlich nicht. Äh, ich stell mich nur ganz unauffällig dazu, ja? Ich stell mich nur dazu. Ich möchte nur zu sagen. 75.000 in Wahrheit auch einreisen, oder wie? Das war ein bisschen vorgedrängelt, ne? Nee, ich hör nur zu. Ich will gar nicht einreisen. Ich hör nur zu. Ich will nicht einreisen. Nee, nee. Den lässt doch keiner einreisen. Nee, ich hör nur zu. Das heißt, was? Alter, Anne. Anne. Ja, das ist jetzt gesagt. Hallo, bitte, beide Mund halten, ne? Ich red' hier grad. Anne. Halt die Kappe, Junge. Anne. Tut mir leid, ich bin ruhig. Ja, aber es wäre auch besser so. Ich red' hier grad, nicht du. Okay, setzt sofort. Oh, hier sind so viele Laubgebläse. Oh, so viele Laubgebläse. Äh, Entschuldigung. Hier waren so viele Laubgebläse im Raum. Langsam ist doch genug. Wer räumt das Chaos hier auf? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So jemanden kannst du doch nicht einreisen lassen. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht normal, dass man so RP ausspielen lassen kann. So kann man doch kein RP ausspielen. Der braucht Push-to-Talk, der Arme. Ach so, ja. Ich hasse diese Charaktereinstellung. Das sieht so schrecklich aus. Also, alles ist schrecklich daran. Ja, ich bin unzufrieden mit dem Char, aber ich geb mir hier nicht Mühe, 30 Minuten lang, um den Charakter zu erstellen. Ich bin doch nicht geisteskrank. Oh nein. Oh nein. Ich hab schon verloren. Ich hab schon verloren. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Jo, äh, was gibt's heute zu essen? Weiß ich nicht. Das, was die sich kaufen wahrscheinlich. Ach so, kaufen. Ja, richtig. Ach so, ich hab schon verloren. Ich komm bei der nicht weiter. Jo, ich geh da mal, ne? Ich wollte einreisen. Ja, da gehen sie mal gar nicht hin. Warum? Da ist doch Ausgang, da hinten. Das ist so inkorrekt. Wenn überhaupt, müssten sie erstmal ein Gespräch mit mir führen. Das tun wir ja grad. Das ist so negativ. Und dann schon mal gar nicht mit dem Outfit, was sie anhaben. Warum nicht? Ja, die Schuhe schon mal nicht und das Oberteil auch nicht. Warum? Was haben sie gegen mein Oberteil? Alles. Das ist ein normales Flanellhemd. Wie gesagt, sie müssten sich ja einmal erstmal umziehen und dann müssten sie erstmal zu mir kommen und ein Einzelgespräch führen. Kachi. Crocs. 100 Dollar. Wunderbar. Hast du ja meinen Kleidungsstil jetzt? Jetzt ist schon mal besser, ja. Dach dir. Gute Herr. Woher kommen sie denn gerade? Gerade jetzt, aus dem Flieger. Ich komm aus der Maschine 187. Ihr kommt woher? Äh, New Mexico. New Mexico. Wo aus New Mexico? Bitte? Wo aus New Mexico? Wie bitte? Entschuldigung. Sie sind ein bisschen am, ähm, also sie haben, sie haben ein bisschen Kaugummi. Äh, was hatten sie gefragt? Ich sagte, wo aus New Mexico? Ach so. Aus Santa Fe. Die zweite Stadt, wenn man googelt. Stell mir nicht so behinderte Fragen. Dann einmal ihr amtliches Ausweisdokument, bitte. Äh, das liegt hier auf dem Tisch. Ja, einmal ihren Ausweis zeigen, bitte. Der liegt hier. So negativ. Doch, vor ihm. Passport. Sie müssten einmal in ihre Tasche greifen, bitte, und mir ihren Ausweis zeigen, nicht ihr Passport. Francisco Winkler. Korrekt. Sie. Die bannt mich sofort weg. Locker. Die ist schon so abgefuckt. Haben Sie Verwandte hier? Äh, nee. Einmal zum Abgleich der Daten, die Geburtsdatum, bitte. Der 19.3.99. Ich rede genauso abgefuckt mit ihr, wie sie mit mir redet. Wie bitte? Schauen Sie sich mal ihren Ausweis selber an. 12.3.99. Aha. Also doch nicht mehr der 19. ja? Nee, ich hab 12. gesagt. Sie wissen schon, dass das die amerikanische Schreibweise ist? In der Tat. Und Sie somit am 3.12. Geburtstag haben? Ja, das stimmt. Ja, auch Sinn. Hab ich auch gesagt. Folglicherweise sind sie wie alt. Folglicherweise sind sie wie alt. 22. So. Entschuldigung, ich meine 22. Frauen sind immer so abgefuckt im RP. Generell auf Servern. Wunderbar, ich freu mir ein zweites Loch in den Arsch. Gut, dann bekomme ich einmal 10 Dollar Bearbeitungsgebühr. Dann dürfen Sie einmal hinter mir ins Büro treten. Ich komm gleich zu Ihnen. Ich komm gleich zu Ihnen. Oh Mann, ey. Eine Ewigkeit später. Jetzt lässt die mich hier warten. Die hat doch noch nicht mal andere Leute. Der Server ist leer. Der Server ist tot. Die haben 50 Spieler. Ich bin der Einzige in der Einreise gewesen. Was heißt, ich komm gleich zu Ihnen? Warum will die mich warten lassen? Entschuldigung. Ja, bitte. Ähm, würden Sie mitkommen? Ich komm dann mit, wann ich das noch richtig halte. Einmal da reingehen und hinsetzen. Oder haben Sie hier so viel zu tun? Ist hier so ein Ansturm, dass Sie mich jetzt warten lassen wollen? Ja, entscheiden Sie, wann ich in mein Büro komme. Ich glaube nicht, oder? Curry. Ey, ist mir egal. Schmutz. Schmutz-Server. Flash-Live-RP. In-Game-Voice und Funk. Ja, da bin ich dabei. Ja, da sind wir dabei. Ich hasse 5M. Ich hasse 5M. So ein Schmutz. Ach, finally. Free. Und jetzt schnell Richtung Los Santos. Stopp! Ich tue jetzt so, als gehe ich hier rein. Dann steigt er aus und dann steige ich ein. Ein paar Sekunden später. Ja, der Porsche, der Porsche. Hey Porsche, ich gebe dir gleich noch. Hey Porsche, was bist du für ein Hund? Hallo. Entschuldigung. 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 Steig mal aus, oder das knallt, mein Freund. Okay. Ich steige aus. 4, 3, 2, 1. Ist das okay? Ah, nicht alles okay. Scheiße. Ah. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen, Kollege. Aber ich kann dir nicht helfen. Eine abgedregene Schuld an der Gesellschaft später. Oh, danke fürs Aufmachen. Tschüss. Tschüss. Warum schreibt er nicht ein? Ist er dumm? Keine Ahnung. Aber das Auto war sogar abgeschlossen. Er hat einfach aufgemacht. Ja, er hat ihn gerade aufgemacht. Ja, in dem Moment. Ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Ja, und nun? Ja, keine Ahnung. Kann man wirklich nichts machen. Das ist ja echt blöd. Da kann man echt nichts tun. Hä? Oh. Das ist zu langsam. So lost alle hier. Der reagiert ja nicht mal. Polizist. Was bist du für ein Polizist, Alter? Autoscooter. Oh nein, ich fick dich. Das sind wirklich nur irgendwelche Kinder. Das ist mega langweilig. Das ist echt der langweiligste Server, auf dem ich eh war. Naja, das ist schlimm. Gehst du euch doch mal. Oh mein Gott, Alter. Komm her, wir prügen uns jetzt. Komm her, du Sack, Alter. Steig aus aus deinem Pissauke. Komm. Ist so eine Pissauke. Jetzt will ich lieber noch. Ja. Sehr langweilig, wirklich. Also... Ja, du kannst gar nichts machen hier, gefühlt. Was mache ich überhaupt noch? Ach, das ist doch alles scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Charakter wechseln, oder? Ich brauche hier so eine geile Don... Dauer... Donnerwelle. Dauerwelle. Irgendein schönes Police Nose. Ja, kann man machen. Kurze Hose, wie immer. Schuhe. Let's go. Ach du Scheiße, was habe ich erschaffen? Was habe ich erschaffen? Thomas Anders. Scheiße. Das sehe ich schon in den Kommentaren, die ganzen Fünfjährigen. Wer ist Thomas Anders? Wer ist das? Modern Talking? Hallo? Kennen wir nicht. Und wieder aufs Neue. Auf, auf. Richtung Los Santos. Ich bin voller Freude. Voller Spaß. Nicht. Irgendwann später. Hey, Caillou. Caillou. Caillou, du sollst reden. Eine Frage. Ja. Eine Sperrzone wurde bei Atlanta Street ausgerufen. Atlanta Street ist da. Da fahren wir doch direkt mal hin. Sperrzone hin oder her. Gibt's nicht. Ja, guten Tag. Was ist los? Werdet ihr die Sperrzone ausgerufen? Ich bin euer Chief. Waff runter sofort. Werdet ihr die Sperrzone ausgerufen? Wer war das? Ich hab die ausgerufen. Guck mal, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. Ich hab noch meine scheiß Shorts an. Was soll das? Was fällt dir ein, mich zu wecken? Da hab ich dich geweckt. Du hast mich geweckt? Der Pieper ist gegangen. Wegen der scheiß Sperrzone. Ja, was soll ich denn machen? Was ist passiert? Ja, wir sind die Borders am Hochholen. Wir haben die auf dem Weedfeld erst mal verloren. Dann haben wir die jetzt gejagt die ganze Zeit. Und wo sind die jetzt? Also zwei liegen da am Boden. Glaubt mir doch nicht. Digga, bist du zum Funk? Die haben beide Kopfschüsse. Boah, lass abschauen. Das hier. Ich? Ja, Dienstmarke. Am besten. Ich bin der Chief. Ich brauch dir keine Dienstmarke zu geben. Ja, der Chief steht vor dir, ne? Würde ich mir die Schnauze halten. Wer ist der Chief? Wer von euch Pappnasen ist der Chief? Ich in Weiß. Du in Weiß? Ich in Weiß. Zeig mir deine Marke. Alter, meine Fresse. Hier, und jetzt mach dich weg hier. Mark Testo. Hm. Mark Testo. Alles klar. Merk ich mir. Ey, gib mir mal deinen Ausweis. Ausweis ist aus. Ich hab's probiert. Ich hab getan, was ich konnte. Ich versuch mich trotzdem zu re-loggen. Ich probier mich trotzdem zu re-loggen. Mit ein bisschen Glück lebe ich wieder. Und dann fahr ich einfach nochmal hin. Ah. Es funktioniert tatsächlich. Man respawnt einfach. Ja, umso besser, ne? Ich spawn sogar direkt um die Ecke. Die Sperrzone war hier irgendwo, ne? Hier. Ich lauf da einfach hin. Ich lauf einfach rüber. Mir alles egal. Warte. Die haben euch einfach liegen lassen? Die haben euch einfach liegen lassen. Wei, wei, wei. Aber danke für den Porsche, Jungs. Tschüss. Kann ich mir nicht erklären. Oh. Hey. Was los? Wo ist deine Gang? Warum? Zeig mir deine Gang. Du Schwachkopf. Halt mal dein Maul da drin. Halt du mal dein Maul. Motorrad-Otto. Bist du behindert? Ja, ich bin behindert. Ganz viel. Ich bin sehr behindert in meinem Kopf. Ganz, ganz behindert. Ey, die Straße ist rutschig. Ich kann nix dafür. Ey, Mann. Die Straße ist rutschig. Sorry. Scheiß Regen überall. Papistisch. Oh. Wen haben wir denn da? So, einmal bitte aussteigen. Warum? Allgemeine Verkehrskontrolle. Aussteigen. Sehen Sie nicht, was hier draufsteht? Aussteigen jetzt. Komm, ich gebe mir meinen Ausweis. Komm so her. Ja, zeigen. Haben Sie bekommen? Nein. Sie müssen aussteigen. Tschüss. Ja, das war einfach... Ah. Ah. Fühlt sich genauso gut an wie in den guten alten Zeiten, I guess. Okay. Immerhin war ein schönes Gefährt, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh. 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 Da sind meine Freunde von vorhin. Ich glaube, ich selber kann die nicht VDM'n, aber wenn ein Fahrzeug, was ich anhebe, hätte, die trifft, dann kriegen die Schaden. Was war das? Ach nee, ich war nicht angeschnallt. Oh. Ich war nicht angeschnallt. Oh. Never mind. Das ist kein Atmen. Ich bin paranoid. Paras schiebe ich. Ganz schlimme. Oh. Der Tank ist gleich alle. Was? Der Spasti hat nicht getankt. Bro. Müsste reichen. Oh. Es gibt Messer? Du kannst am PD einen Waffenschein beantragen. Okay. Ich werde mich mit meinem Messer vergnügen müssen. Alles klar. Aber irgendwie habe ich auch Bock, diesen Wagen ein bisschen zu verändern. Ein bisschen verändern. Gerade schauen, wo die Tuning-Scheiße ist. Wo kann ich denn tunen? Ah, hier. Bennys. Okay. Alright. Quasi direkt um die Ecke. Also als Frage, wie findet ihr eigentlich mein Bart? Rasieren oder wachsen lassen? Oh, hier ist ordentlich was los. Eieieiei. Eieiei. Ach du Scheiße. Wer denkt, wer ist? Ey, das Auto ist aber. Wer ist denn das? Das Auto ist geklaut. Ey, warum drehen sie denn vor ein? Die lügt. Die lügt. Die lügt. Lüge. Lüge. Oh nein. Was ist denn der? Alter. Entschuldigung. Nein, das ist doch nicht normal. Entschuldigung, gute Frau. Gute Frau. Warum läuft die weg? Gute Frau. Geh weg. Lass es. Gute Frau. Geh weg. Was haben die denn? Was habe ich denn getan? Was hat die denn? Okay. Ich habe ja noch nichts gemacht. Nein, hallo. Kannst du mal kurz mit... Wir haben ja jetzt gerade eben ein paar Vorfälle gaben, die nicht so lustig waren. Ja, der typische ist schon wieder so ein Wichser. Komm uns mal bitte mit. Hat die mich gerade Wichser genannt? Bist du da schon wieder, oder was? Was hat die denn? Ich habe doch nichts gemacht. Was hat die denn? Welche Farbe hat es denn? Äh, ich meine vorder... Unterbrunnen geht ja nichts bei den Motorraden. Geh weg! Oh! Äh. Äh. Tja, das hast du davon. Auf RP zu spielen. Warum simpt ihr eigentlich alle? Warum simpt ihr eigentlich alle? Warum simpt ihr alle? Könnt ihr mir das verraten? Warum simpt ihr? Es langt mir jetzt langsam hier. Die Socken haben gestochen. Die Socken haben gestochen. Und? Ja, okay. Die Garten. Meine Fresse. Was für du Hure und so? Du kriegst jetzt nicht Bummer. Ey. Ja. Hallo Mutter, du kleiner dreckiger Sohn. Scheiß Dreck-Server. F8. Quid. Bro, was geht denn da ab? Holy shit. Ach du Scheiße. Da muss ich mich einmal neu einloggen. Ach du Scheiße. Oh, wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Mach dich ab, Alter. Hallo. Entschuldigung. Ich muss dringend zu einem Bekleidungsgeschäft, um mich umzuziehen. Komm mal, steig ein. Geht nix. Hans Kermia, willst du mich verarschen, oder was? Du hast gesagt, steig ein. Verpiss dich, Alter. Ich rede doch nicht mit dir, Mann. Mach dich ab jetzt. Ich hab ein Problem. Oh nein. Nicht schon wieder eine. Ich fass es nicht. Ja, ich muss zu einem Bekleidungsgeschäft. Ich würde mich genau umziehen. Ja, dann lauf, Alter. Oh Gott, die sind so schwierig. Die sind so anstrengend, Digga. Ey, yo. Hallo, hallo. Ja. Können wir laber, kannst du laberecke 1 ummodeln, dass dort nur ich Talkpower habe? Alle, die Lust haben, in einem 5M-Trolling-Video mitzuwirken. Ein paar Sekunden später. Jungs, kommt alle nach vorne an die Einreisetheke. Bitte alle an die Einreisetheke kommen. Und fragt einfach nach Rollenspiel. Diese Einreise ist somit auch zerstört worden. Vielen Dank an den Modder, der die Autos gespawnt hat. Nächster Server. Mit der Kraft der Vereinten Nationen beschwöre ich die Armee des Winklers hervor. Ja, ich glaube, das wird der letzte sein. Für heute. Bitte alle runter auf den Parkplatz, wo man Autos kaufen kann. Ey, Jungs, Jungs, ihr hört mich über den Discord. Kauft euch ein Auto. Ihr müsst keinen Charakter erstellen oder so. Einfach durchtappen. Auto kaufen und unten anstellen. Wir machen eine Riesenschlange. Wir müssen eine Riesenschlange bilden unten. Und versucht euch vielleicht nicht gegenseitig umzubringen, weil das vermindert unsere Streitmacht. Macht eine dritte Linie. Macht eine dritte Reihe. Macht eine dritte Reihe. Okay, Abfahrt. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Los, los, Abfahrt. Ja, das funktioniert ja fast gut. Es ist fast genauso wie auf GVMP. Oh, geil. GVMP-Feeling. Super. Ach so, übrigens, wo treffen wir uns? Wir treffen uns am, ähm, am PD. Bitte alle das PD anfahren. Dankeschön. Weil es werden schon Leute gebannt. Das PD anfahren. Schnell. Sonst sind wir gleich alle gebannt. Ich höre schon Gunshots. Ich höre Schüsse. Das sind PDler. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Äh, jeder der zum PD geht, am besten aussteigen. Und sofort die PDler umrotzen. Weil wir werden alle umgeschossen. Und alle werden gebannt. Ja. Wollt ihr vielleicht, wollt ihr vielleicht mit einer Waffe auf mich zählen fürs Thumbnail? Also, ich wollte eigentlich hier eine schöne Party starten, aber irgendwie ist das ein bisschen ausgeufert. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwann besser mit. Ja, das ist natürlich blöd. Na gut, das sind gut 100 Mann, ne? Cream Sniper sind Hunde. Ja, das ist natürlich blöd.